Patrick Morrison, hier auf Ihrem Stand zeigen Sie eine Biegemaschine. Was ist die Innovation dabei? Ja, das ist die neueste FR-X04, das ist eine Erweiterung unserer Reihe von sequentiellen Biegemaschinen, die besonders für die kleinen Drähte geeignet ist. 0,8 bis 3 mm. Hat sehr viel Interesse im Fädenbereich. Die Maschine wird angetrieben mit Servomotoren. Was können Sie dazu erklären? Ja, die Maschine hat sieben numerischen Achsen, elektrischen Servomotoren und alle diese Motoren sind interpoliert. Das bedeutet, dass die Bewegungen zusammen durch sehr einfache Werkzeuge, kann man sehr komplexe Biegeformen, Fäden ersetzen, geringe Werkzeugaufwand. Und wie bewerten Sie hier das Zuschauerinteresse hier auf der Wire an Ihrer neuen Maschine? Wir haben sehr viel Interesse von der Federstelle. Ein von denen hat uns gesagt, das ist die erste gute Neuigkeit, die ich an diesem Düsseldorf-Messer gesehen habe. So, wir sind aufgeregt. Eine Biegemaschine mit sehr feinen Drähen gibt es hier zu sehen bei Herrn Morrison. Vielen Dank fürs Interview. Danke sehr.